Ich bin Timan, ich durchlaufe den R&D Track des Junior Managers Program bei Bosch HomeComfort. Wir bei HomeComfort entwickeln energiesparende Lösungen für Heizungs- und Klimasysteme. Ich bin Nico, ich bin Manufacturing Trainee bei HomeComfort und ich arbeite hier als Fertigungsplan. Das heißt ich kümmere mich um den Abbau von alten Fertigungslinien und den Aufbau von neuen modernen automatisierten Fertigungslinien. Nach meinem Studium hatte ich mich gefragt, was möchte ich denn gerne machen und mir war besonders wichtig etwas Sinnstiftendes im Rahmen der Herausforderungen des Klimawandels zu unternehmen. Und daher arbeite ich seit ungefähr ein Dreivierteljahren in verschiedenen Projekten im Produktumfeld Wärmepumpen. Hier bei HC kommen unsere Mentorinnen und Mentoren zumeist aus dem Bereichsvorstand, aber unabhängig von der Rolle hatte ich mit meinem Mentor ein sehr persönliches Verhältnis. Und wir sind uns stets auf Augenhöhe und sehr wertschätzend begegnet. Das Besondere am JMP-Program ist die Vielseitigkeit und dass man dies selber auf sich zuschneiden kann. Man setzt sich mit seinem Mentor zusammen und plant seine Station. Bei mir war es so, dass ich in die Fertigungsplanung einsteigen wollte, um zu sehen, wie setzt man Fertigungslinien um. Als nächstes wollte ich in die Strategie einsteigen und nun gehe ich in die zentrale Fertigungskoordination, um zu sehen, wie werden Produktionsstandorte aufgebaut und geplant. Als Luft- und Raumfahrtechniker habe ich mich während meines Programms mit dem Thema Wärmepumpen eher irdischeren Themen zugewandt. Mein Ziel ist daher auch nach dem Programm im Rahmen einer Projektleiterstelle dies weiterhin zu tun und dann eher mittelfristig und perspektivisch dann auch meine erste große Führungsaufgabe anzunehmen. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!